Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja wir gucken mal was wir machen müssen. Das war gleich gar nichts gewesen. Jetzt müssen wir, bleibt die denn da dran hängen oder wie ist das? Jetzt haben wir es aufgeschafft. Alter, da kriegst du doch ein Klebo. Schönen wie sie das gesagt hat. Dann müssen wir, wo müssen wir denn hin? Oh dear. Da war es nicht. Wooh. Das ist wohl jetzt mehr Glück als Verstand, ne? Oh, da haben wir einen Sprenger. Ja, man merkt doch, es geht mit Abstand immer leichter, also, 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 langsamer. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, müssen wir da oben dran springen? Hab ich so fast, ja. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Das darfst du mir da hinkriegen, oder? Na, guck mal. Oh, was geht mir denn jetzt Feines? Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Erhöhe die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Tisch und schnell hintereinander abgefeuert werden können. Auf drei. Oh, sehr fein. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Gib mir die Kohle, danke, danke. Hä, kann der nicht, kann die dich irgendwie in einen Pfeil da rein hemmen? Warte, warte das nicht irgendwie, stand dir das nicht irgendwie da? Ja, Lacher, du bist das irgendwie da, wie schaffst du das? Na klar. Dann packen wir den ganzen anderen und den packen wir dann. Na ja, drei werden wir nicht hinkriegen. Ja, das müssen wir so machen. Dann machen wir das so, sehr schön. Glocken, die alte Stadt ist nah. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia, greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Gib's mir! Gib's mir! Gib's mir jetzt endlich. Was ist los mit dir? Warum gibst du's mir nicht? Jetzt. Von derリose. Bist du, die alte Wester schau mal an. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt. Wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Wedlojar halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen. Und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Okay. Oh ja, oben gibt es auch noch mehr. Gib es mir. Danke. Hat er aktualisiert? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo hat sich denn die Karte aktualisiert? Ja gut, das eine habe ich vielleicht gerade gefunden, das Dokument. Das zählt vielleicht schon dazu. Aber das Wandgemäte, das sehe ich nicht. Das ist gar nicht da, die belügen mich. Ähm, ja. So, machen wir das jetzt einfach, oder? Ja. 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 Okay, ich glaube, das hört sich dann schnell wieder auf, oder? Wo sind wir da? Irgendwie nicht, doch nicht. Das klappt doch komisch, oder? Ich würde da gerne mal was sehen. Achtung, okay. Hm, ich dachte gerade, Alter, was hat es denn denn schon wieder? Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Mann. Oh, oh, oh. Nein, ok, das war gelaufen. Ich glaube das war nicht so geplant. Oder, vielleicht muss das wirklich so sein? Oder, weil klettern tut sich ja nicht rum. Ach hier gehts so hoch. Ah ok, siehst du, jetzt habe ich gerade nicht gesehen, ich habe euch nach oben geguckt. Nein, nein, nein. Ach das ist, weil die Ansicht, die ist dann auch manchmal so bescheuert. Da siehst du das nicht direkt, wie du drücken musst und da drückst du irgendwie. Nein, nein. Ach! Es tut mir. Das war's. Können die doch, die springt, die springt einfach schräg daneben, das verstehe ich nicht. Wie willst du denn das so halten, so machen? Das ist manchmal wirklich, was mich halt so an dieser Ansicht so ein bisschen anbissen tut. Jetzt klappt es auf einmal, ohne Probleme. Immer noch keinen neuen Fähigkeitspunkt, schade. Gucken, immer noch nichts neues, schade. Waffe nicht, die nicht. Die auch nicht, ach man. Ja dann haben wir halt nichts, dann müssen wir halt gehen. Nützt ja nichts, wenn wir hier nichts haben. Das nützt ja nichts. Dankeschön. Ui, vorsichtig. Das sind so viele. Das sind so viele. Und wenn die da wirklich noch nicht sterblich sind, dann ist das lustig. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Das glaube ich auch. Ei, nee, hier. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Alter sieht das schick aus. Hat man den nicht gerade hier erst eins? Jetzt haben wir schon wieder eins. Und genau hier haben wir hier zum Beispiel kein Fell oder sowas drin, das was man halt hätte gebrauchen können. Aber nein. Nope. 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 Und nope. Was fehlt uns denn heute mal? Ja, dieses... Hm, hier fehlt uns hier davon vier Stück. Ach, Manu. Hier fehlt uns zwei was. Hier brauchen wir vier von den komischen Barren. Drei davon. Ja, hier war es das, was fehlt. Ja, und hier noch zweimal von diesem Öl da, oder von dieser Träne. Hm, schade, 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 oder? Mist! Ja. 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 Warum springen denn die einfach weiter? Ist denn die na doof? Die soll sich dort kurz festhalten. Ach, die macht einen wirklich manchmal fertig, die Brau. Ja, zwei guten Dinge und drei, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, dass er die nicht sieht. Oder die Hand zumindest sieht. Ich sag, er hat so einen guten Ding gehörnd. Hey, hey, erschreckt mich doch nicht so. Nein! Hier aus! What? Oh, oh! 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 Ah! Ah! Oh! 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 Das war's. Otsch. Hm. Sehr mysteriös. Aber die sterben da, oder kommen die dann einfach wieder? Das ist auf deutsch gesagt, belatzen und dann überlebt es die einfach wieder. Ist das anscheinend so gemein? Dankeschön. Nein, was, warte. Da ist mir schon Ruhe. Wo ist er? Ja, jetzt hab ich schon selbst in die Luft gesprengt. Ich weiß nicht, wo ich so ein Ding bräuchte, wo ich mir was her schenken könnte, geht es nicht. Au. Hast du einen Kleber oder was? Was ist los mit dir? Wir heilen uns ja auch fast nicht selber, gell? Also wir machen ja was. Und wieder voll. Dankeschön. Und immer noch voll. Ach, jetzt verdrige ich mich schon wieder. Höhemische Armee. Ach, jetzt haben wir die. Okay, jetzt haben wir sehr viel, jetzt haben wir sehr viel. Schönen, schaust du dir? Ja, du hast das police. Warte auf! Sind jeder irgendwo hier? Sind jeder irgendwo welche? Sind jeder irgendwo welche? Ich hör die ganze Zeit zum Mockerflow ist. Störbeiflug, alles gut. Läuft denn da einer oder lauft? Ich wollt grad sagen, ich hör doch hier noch irgendwo einen rumlaufen. Brauchst es? Haben wir gerade Unsterbliche getötet? Ich finde das blaue Feuer, das sieht halt geil aus. Das sieht richtig geil aus. Voll, alles voll. Ja, stecken wir mal, wir kommen dort durch. Gucken wir mal kurz auf hier oben irgendwie was gibt. Was ist? Offen wir da irgendwie? Nö. Nö. Ich hab gedacht, ich komm da hoch. Nö. Haben wir jetzt am wenigsten unsere Ruhe erstmal. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben mir Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Athanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Das ist... Ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber... Es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Danach, wonach sieht es dann aus? Es sieht aus nach Nein unmöglich. Ich glaube, da geht es nicht weg. Würde ich jetzt erstmal so behaupten. So, hier haben wir wieder was. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Vater des Propheten entsandt und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blaschämie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben, also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben und Trinities Arbeit ist getan. Dann müssen wir doch später bestimmt runter, habe ich so das Gefühl. ja also hier kommen wir dann wieder runter die muss doch permanent gebrochene knochen haben oder ob es dir noch gut geht ich würde ja ich würde ja befreien und fragen ob es so gut geht ab 9 sie dürfen jede minute durch das eis brechen es ist zeit für euren angriff glaubst du ihr könnt sie aufhalten aber wir können dir etwas zeit verschaffen ich sehe dich auf der anderen seite Ich hätte ja gern hier noch mal irgendwie so ein Speicher-Dings, also wo ich hier noch meine Waffen... Jetzt könnte ich ja meine Waffen noch ein bisschen verbessern. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ah ok, da haben wir hier hinten. Sehr schön. So warte, hier haben wir wieder was zum... Dankeschön. Genau, da haben wir das noch, das noch, das noch. So, dann nehmen wir das jetzt noch mal. Lass mal hören, lass mal gucken. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besodelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Kahn und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Hm, okay. 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 Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe. Aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Nehmen wir das halt noch so. So. Jetzt können wir doch bestimmt noch im Küst schon was herstellen, oder? Ähm, wir würden vielleicht... Ich würde vielleicht das erstmal nach meiner Waffe gucken, ob ich da was... Nö, wie immer nicht. Weil ich da irgendwas brauche, was... Keine Ahnung. Jaja, was sind das für Dinger, die ich hier brauche? Verfeinerungswerkzeug, okay. Haben wir auch nicht. Voll. Hier fehlt noch einmal... Äh, ich gehe kaputt. Hier fehlt auch noch das Verfeinerungswerkzeug. Ah, da hätten wir uns das eine kaufen müssen. Hier fehlt noch zweimal dieses Öl. Oh. Das macht einen fertig. Pistolikum auch nicht. Wir hätten uns das eine doch mal kaufen sollen. Hätten wir unten jetzt das letzte schon machen können. Da hätten wir die Waffe hier zum Beispiel unten das machen können. Mit der Pumpgun, ja gut. Hier fehlt wieder das und das fehlt. So. Hier fehlt auch das. Ach man, alles fehlt hier. Alles fehlt hier und da habe ich mich so gefreut. Was denn? Ich weiß nur, was einfach nicht so gut wirken. Ja ja, mein Gott warst du so ausgebäude in dem. Wir kaufen uns jetzt hier einfach irgendwelchen Schmutz gellä Wir müssen jetzt bloß unsere Waffen jetzt wieder zurückstellen Du bist die, hier haben wir dich, genau Ja guck mal die sind einiges schlechter und die, naja guck, ja das ist halt Ne wir haben hier uns schon mit dem Militärgewehr haben wir uns schon eine richtige gekauft Hier haben wir welche? Mondschatten, genau Bogen haben wir nochmal in unseren Becurve Bogen, ja passt so, das müssten eigentlich unsere Waffen alle passen Hoffe ich es zumindest Hoffe ich es zumindest, dass das jetzt so hinhaut So und dann war uns das jetzt schon wieder für die Folge Und wir machen in der nächsten Folge mal gucken, ob das dann die letzte schon wird oder so Und ja, oder die vorletzte und ja, wir müssen uns ja anscheinend bis da hoch durchprüfen Und es kann noch einiges dauern, denke ich mal Also ich denke mal, also eine Folge wird es auf jeden Fall Noch zwei, naja vielleicht noch drei, mal gucken Mal sehen wie lange es noch geht Ja aber ich danke euch wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Obwohl ich manchmal ein bisschen viel quatsche Weil ich ein bisschen komplett lost bin Aber ja Ich denke das ist auch manchmal amüsant Ja und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann zur nächsten Folge wiedersehen Dann würde ich sagen bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen Ciao, ciao 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 Ciao